Tauber ist mein Name, Otto Tauber. Herr Tauber, möchten Sie nicht Platz nehmen? Danke, Platz nehme ich, weil Platz ist das einzige, was man nehmen kann, ohne dass man da besitzen muss. Ist vielleicht... Oh mein Gott! Da sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Gott sei Dank, du bist wieder da. Wir sind in der Wohnung von deinem Manfred. Erinnerst du dich? Sie? Dass auch Sie mich drüber lassen! Sie lügen dich. Wieso soll ich liegen? Können Sie den Freude malen überhaupt? Und am Blut? Kein! Daran kann man doch nicht erkennen, ob er dort ist. Ja, woher denn? Am Puls natürlich! Da kann ich nicht hingreifen können. Wohin greifen? Und sein Bulli! Ich kann ihm an die Kollegen von der Kripo melden Ihnen nicht immer alles. Kripo! Das ist ein Kollege von der Kripo-Lambes. Könnte ja das Blutschen an der Hand gehabt haben. Kripo! Was schreien denn Sie da also um? Und wer feist es überhaupt? Sie haben von meiner Tochter 100.000 Euro verlassen. Weil sie es Ihnen aber nicht gegeben hat, haben Sie die Brüfe in die Speise geworfen. Dann schlafen Sie die Brüfe in den Schädel! Wenn Sie die Brüfe in den Schädel schlafen, dann schlafen Sie die Polizei und sagen, komm! Kommissar! Sie haben doch mit eigenen Ohren gehört, dass Sie es war, die Wiederschädelin zu schlagen. Was habe ich auch gekriegt? So ein Luder! Aber warte! Herr Weiler wird schon noch ein bisschen aufheifen. Was hat denn ein Privatdetektiv, der was auf die Tochter ausspassen soll? Wir wissen, was wirklich die Brüfe hat. Dann habe ich sie verliebt! Und warum nicht? Weil sie ist einfach eine Polizistin. Das kann ich nicht verantworten. Ich habe einen Mann und warte. Ich habe aber keine 100.000 Euro. Also gehe ich hier dran fahren. Jetzt weiß ich, wer das ist. Das ist der Innenstalle. Der schlafen von so einem Freitmann. Eine Nummer angeschwärter Nummer? Das ist kein Gezitter. Nein, sorry. Na, Nummer? Ja, sein, Robi. Nimm einen Kind. Das ist der Richtige für dich. Weil der kann mit Blondino umgehen. dann ist er eine sehr schönste horse rồi! Nein, gut, mit Blondino! Ich habe ihn nicht so einfach. Und das ist derja. Ert wissen, dass wir gut und die Bühne übergehen. Ents receivers sind? Wir freuen uns auf. Daher gehen uns auf.